Hallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr wünsche ich euch hier bei Alien Isolation. Hätten auch mal ein paar Lampions aufhängen können oder so. Ich hoffe ihr seid gut gerutscht und habt nicht zu viel getrunken oder geböllert oder sonst was. Und habt einen geschmeidigen Tag. Ja, das Video kommt ein bisschen später. Oh, zweimal Flammeer für Öl. Kommt ein bisschen später, weil ich, ne, auch ich hab ja ein bisschen gefeiert gestern und, ähm, ja. Man muss halt ein bisschen was ausschlafen, ne. So, alles einsammeln und los geht's. Warte, hier, ne, ja. Mehr haben wir nicht, ne. Okay, gehen wir mal los. Ich hab jetzt was vor. Eine Leuchtfackel. Die ich eigentlich, oh, nicht da hinschmeißen wollte. Hat doch funktioniert. Eine neue Fackel. Ich weiß ja hier, wo es lang geht, deswegen nutze ich auch die, äh... Dinge momentan nicht. Oh, verdammt. Super, hat ja toll funktioniert. Das ist ja jetzt hin. Oh. Ei, ei, ei. Hat's aber jemand eilig gehabt. Schnell. Nicht so viel einsammeln und vor allem dumme Flammenwerfer, ne. So, schnell alles einsammeln. Oh. 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 Oh, 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 oh. Okay. Gut, dass er immer nach links guckt, anstatt nach, äh, zu mir hin nach rechts. Muss ich erstmal warten, bis der weg geht. So, ich glaube, jetzt ist er weg. So, ich glaube, jetzt ist er weg. Hey, hey, hey. Ich muss, ich muss er in. Hier ist da eine Schlüssekarte drin. Was? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das muss ich da Für drei gefangenen Marken Oh, scheiße Nein, weg, weg, weg Ja Lass ich da weg, nein Oh Mann Ich hab die ganze Zeit falschen Tasten gedrückt Ich hab sogar die Windows-Taste gedrückt Ah, die Drecksgriffel hier, Mann Dabei lief das erst gar nicht mal so schlecht Okay, auf jeden Fall noch mal neu Warum die Pumpgun? Achso, weil ich die Dinge noch nicht hab Da war noch was, da war noch was Hier darf ich ja rennen Ist ja nicht so wild, ne So Das goldene Ding hier So Ein bisschen Kaffee So mehr Lucky glaube ich nicht, oder? Jo, das war's Alles klar Los geht's Oh Oh Geh' dich nicht rum, du blödes Vieh Oh War das jetzt eine gefangene Marke, oder? So Ich muss ja mich beeilen, ne Ist ja Versuch's zumindest So Mal was Äh Oh Oh Los Mein Gott Ich hoffe ich hab alles mitgenommen Hm Aber die drei gefangenen Karten, die hab ich keine Ahnung wo es die gibt Wenn irgendjemand von euch da eine Ahnung hat, kann das gerne mal reinschreiben Sternenvogel weiß ich ja, dass der das nicht weiß, weil er selber nicht gespielt hat Einen hab ich eine, die noch in den Gefängnistrakt, sag ich jetzt einfach mal Oder eher gesagt in den Schlaftrakten Da komm ich aber so schnell nicht hin Nur das dritte hab ich noch nicht gefunden So, ich muss hier raus, bevor ich wieder entdeckt werde Oh Was Verschwendung aber Ablenkung Verschwendung aber Ablenkung Ein bisschen dreist Ein bisschen dreist Ein bisschen dreist Ach Nee, nee, nee So, warte mal Oh Das hab ich nicht gesehen Oh Mann Okay, nochmal neu Scheiße Mann, Mann, Mann Hm Oh Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich hab nix gemacht. Ich hab's mir gedacht. 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 Ja, ja. Ich hab's mir gedacht. Ich benutze mal die Ecke hier als Baustelle. Huch. Aber wenn ich schnell genug hier rauskommen würde... dann würde ich das Radio auch anmachen. Aber... Ich kann mir nicht schnell genug raus, wa? Entschuldigung, das bin ich ein bisschen am Kopfschuss geklappt. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Nein, Jungen. Ich trinke so lange noch einen Kaffee. Hör dich ja nicht, ne? Ich hab's mir gedacht. 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 Ich⋅ Yeah, ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Oh, ja. Oh. Okay. Oder doch nicht? Hey. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Was ist das? Oh, ich bin ja der Fall. Oh, ich bin ja der Fall. Trotzdem ausnehmen. Oh ja, ne, ist klar, ne? Du alte Sau. So, Trick 17. Oh Mann. Da kann man sich auch nicht wirklich verstecken. Oh Gott. Oh Gott. Ich werde jetzt erst mal warten, bis der weg geht. Oh, du kannst ihn hier auch nicht ablenken. Das ist ja gerade Shit. Das ist ja auch nicht ablenken, bis der weg geht. Das ist ja auch nicht ablenken, bis der weg geht. Das ist ja auch nicht ablenken. Das ist ja auch nicht ablenken. Das ist ja auch nicht ablenken. Ach, mein Gott. Das ist ja auch nicht ablenken, bis der weg geht. Das ist ja auch nicht ablenken. Das ist ja auch nicht ablenken. Das ist ja auch nicht ablenken, bis der weg geht. Das ist ja auch nicht ablenken. 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 oder gefangenen Marken einsammeln soll. Wie seht ihr das? Ihr könnt das ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich das nochmal machen soll. Mal schauen. Ich weiß zumindest nicht, was ich sonst machen soll. Also, wir sehen uns. Bis dahin, euer Wobra.